Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, wir haben uns gerade noch Miyagi angehört, ein Lied, das wirklich ziemlich gut ist, wirklich sehr sehr gut, cooles Lied und wir kommen jetzt natürlich zu Ramirez und S.I.D., ja, und Ram und Ray Becks Enemy, so heißt der Song. Und wir kommen so gesehen von einem traurigen Lied zu Ramirez, was soll ich denn dazu sagen? Wahrscheinlich zu einem Song, wo gleich jemand dir mit dem Penis gegen die Stirn klopft, die ganze Zeit, ja. So ungefähr ist die Musik von ihm und natürlich hören wir uns das an. Hallo? Musik? Hallo? Bax, start screaming, open and safe, blast. Don't miss, yo, damn! Steven, выgоняй, ist ja, repere, pont, они не видят ничего, забеленной, на... Boom, listen, don't you be, wait, Bax. Normal. Start screaming, open and safe, blast. Don't miss, yo, damn! Steven, выgоняй, ist ja, repere, pont, они не видят ничего, забеленной, на классах, фото, или мешок под вас, Don't miss, я не видят ничего, забеленной, на классах, фото, или мешок под вас, Граупа, дебака, сам, ребакс, катастрафик, характер, сам, а страж, так фи, ма фатсту пис, Okay, ich glaube, das ist Ray Bax. Der liebe Ray Bax macht gerade ungefähr so mit meinem Kopf. Ja, ja, genau so, genau so macht er das. Wer ist dieser Ray Bax? Hat ihn Ramirez gesigned? Also, oder SID oder so? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also, der junge Mann ist wirklich gut. Rappen tut er gut. Aber der Beat, der Beat zerreißt einen. Es zerreißt einfach. Es zerreißt mein Anus. Diese Musik ist einfach zu krass. Das ist wie so, das ist ungefähr der Anus. Und du versuchst mit dem Kopf so da rein, so, äh. Ah, mein Nacko. Okay, das ist natürlich Ram. Ja, die Hook, glaube ich, macht jetzt gerade auch Ram. Äh. Äh. Also, dieser Rap zerreißt Gesichter. Also, ich muss sagen, der Flow von Ram wird, ist immer besser und besser. Der macht immer, der macht immer, er, 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 er verbessert sich einfach. Das ist, oh krass, Mann. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr könnt mir mal selber schreiben, aber das ist schon zu heftig. Ich finde diese Doubles richtig gut. Äh. 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 Richtig geil. Ja. 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 Also, nein. Ich muss ehrlich sagen, mein Anus blutet, also tschüss.